Meta, die gelbe Fahne ging nach oben und die Boxentüren auf für unsere Auftaktprüfung. Alle acht Kandidaten gut auf die Beine gekommen. Modulation an der Außenseite mit Letnikov, mit Geronimo Soldier und mit Lion King. Direkt um eine gute Position bemüht, dann Ascension, dann sehen wir Amemnon an der Außenseite vor Modulation und dann ist das Never and Ever mit Monte Cristo. Ja, so recht möchte eigentlich keiner gehen. Viele Jockeys schauen sich dort so ein bisschen an, wer übernimmt denn jetzt die Spitze? Innen vielleicht etwas unfreiwillig, Geronimo Soldier mit Modulation außen. Letnikov zwischen den Pferden an Agamemnon, vor Ascension, Lion King an der Innenseite. Vorletztes Pferd ist ein Never and Ever und am Ende des Feldes Monte Cristo. Mit Beginn des Schlussbogens hat sich also Modulation an der Spitze durchgesetzt, führt mit zwei Längen vor Geronimo Soldier, Letnikov dahinter in dritter Position. Da muss Lucas Delosier sich schon mal ein bisschen bemühen, hier den Schützling von Milchow Minchev bei Laune zu halten. Lion King, dann ist es Agamemnon, auch der lässt sich bereits anfassen. Dann ist es Ascension mit Never and Ever und dann Monte Cristo. Vorne marschiert Modulation und zwar mittlerweile mit drei, mit vier Längen. Vorteil für Burjan Mosabaev, dann Geronimo Soldier, Letnikov in der Bahnmitte, dann Lion King. Innen läuft ein tolles Rennen und außen dann Agamemnon, aber Modulation marschiert weiter. 200 Meter vor der Linie, 250 Meter vor der Linie. Modulation vor Letnikov in der Bahnmitte, dann Geronimo Soldier und innen Lion King. Dann erst Agamemnon. Modulation lebt von ihrem Vorteil und den bringt sie auch nach Hause. Champion-like zum Auftakt hier. Burjan Mosabaev mit Modulation gewinnt völlig souverän gegen Letnikov, gegen Lion King, Geronimo Soldier. Dann erst Agamemnon. Fort Never and Ever, Monte Cristo und Ascension. Untertitelung des ZDF für funk, 2017